Anscheinend haben sie auch Graffiti erfunden. Sie kannten sich aus in der Wissenschaft. Dank Männern wie Archimedes, der die meiste Zeit damit verbrachte zu messen, wie viel Wasser überschwappte, wenn er sich in seine Wanne setzte. Dieses frühe Experiment führte zur Erfindung des Wischmops. Dann gab es noch Hippokrates, ein Pionier auf dem Gebiet der Medizin. Ich persönlich brauche nur oberhalb der Talie einen Arzt. Um den Rest kümmert sich ein Veterinär. Und die Architektur. Das hier ist ein Amphitheater. Übrigens Amphitheater heißt auf Griechisch so viel wie, das Dach bauen wir später. Natürlich seht ihr dieses ganze Zeug, wie es heute aussieht. Zu meiner Zeit hatte jeder zwei Arme. Nun ja, Missgeschicke passieren schon mal. Sieht viel besser aus so. Und die Tempel sahen nicht so aus, als würden sie darauf warten, dass die Bauarbeiter kommen. Glaub mir, die Griechen kannten sich aus in der Architektur und ihre Bauwerke waren großartig. Die meisten waren ihren Göttern geweiht. Also für einen Durchschnittsgriechen waren die Götter enorm wichtig. Hier seht ihr sie bei Herx Geburtstagsparty. Sie hatten für alles Götter. Für die Sonne, den Himmel, das Meer. Selbst für die Liebe. Sie wohnten hier auf dem Olymp. Einem Berg, der sich hoch in die Wolken erhob. Oh, oh, mir wird schon vom Hinsehen schwindelig. Götter und Sterbliche lieben ihre Helden. Und ich habe all diese Helden trainiert. Odysseus, der das trojanische Pferd gebaut hat. Perseus, der sich auf all diese gefährlichen Reisen begeben und die Medusa getötet hat. Keseus, der gegen den Minotaurus gekämpft hat und aus einem Riesenlabyrinth entkommen ist. Aber der mutigste und stärkste von ihnen allen war ein Mann, dessen Namen jeder kennt. Herkules. Groß wie ein Baum, einfach eine Wucht und was für ein Körperbaum. Ha, wir hätten Zwillinge sein können. Also die Leute von Disney haben aus Herx sagenhaften Abenteuern einen actiongeladenen Film gemacht. Das war an sich schon eine Herkulesarbeit. Ich werde denen jetzt ein paar Fragen stellen. Kommt doch einfach mit. Zuerst sind da die Autoren und Regisseure. John Musker und Ron Clements. Sagt doch mal Leute, was ist denn diesmal das Neue? Das ist der erste Disney-Zeichentrickfilm, der auf der Mythologie basiert und nicht auf Märchen oder Sagen. Es gab in Phantasie eine Menge griechischer Götter. Aber für einen abendfüllenden Film ist die Mythologie eine wahre Schatzkammer der Fantasie. Also diese Leute sind gut. Sie haben schon Ariel, die Meerjungfrau und Aladin gemacht. Ich glaube, man kann sie die Helden des Zeichentrickfilms nennen. Auch wenn ich sie nicht ausgebildet habe. Und wisst ihr was? Sie sind sehr witzig. Schau, die Schildkleidung! Jetzt eine preiswerte Sonnenohr. John Musker und Ron Clements gehören zu den witzigsten Leuten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Ja. Ihr Markenzeichen sind verrückte, respektlose, anachronistische Komödien. Wir nennen es eine Art epischer Komödie. Wir haben die griechische Mythologie, die oft etwas angestaubt oder akademisch wirkt, in eine Komödie verpackt und versucht sie damit zeitgenössischer und zugänglicher zu machen. Und wie das bei Helden so ist, hatte Herk einen kleinen Vorteil, weil sein Papi ein Gott war. Und nicht irgendein Gott. Der Gott, Zeus, der geölte Blitz persönlich, war Herk nicht ein niedliches Kind. Ha! Oh, er ist stark, wie sein Vater. Schade, dass andere so Böses mit ihm vorhatten. Sagt mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen, oder was meint ihr? Das ist Hades, der Gott der Unterwelt. Er hat wirklich ein höllisch-eisiges Temperament. Meine Güte. Okay, ich hab's, ich hab's gleich. Alles cool, alles im Griff. Hades hat den kleinen Herkules bei der Geburt entführt. Herk musste das Leben eines Sterblichen führen, bis er sich als wahrer Held auf der Erde beweisen konnte. Also das ist schon eine arge Zumutung. Ab hier komme ich ins Spiel. Wisst ihr, ich hab einige der besten Helden trainiert. Im Boxen, im Speerwerfen, im Gewichtheben. Also wenn je ein Kind einen Privattrainer benötigt hat, dann war das Herkules. Ich wusste gleich von Anfang an, dass es schwer werden würde. Dass es Arbeit bedeuten würde. Entschlossenheit. Noch mehr Arbeit. Noch mehr Entschlossenheit. Er musste in Topform sein, wenn er all die Herausforderungen bestehen wollte, die ihn erwarteten. Wie zum Beispiel die Stadt Theben retten. Also das nenne ich ein Abenteuer. Auf dem Weg von einer Null... Hey, hast du Oliven auf den Augen? ...schneit zum Helden. Herk muss gegen die schrecklichsten Ungeheuer kämpfen, die man sich vorstellen kann. Zeiss! Oh, wie gruselig! Der irremantische Eber, mit dem ist sich zu spaßen. Gerhard vielleicht Aua. Aua! Fisch dich nicht ein, Zweibeiner! Dann war da noch ein Raudi-Zentau namens Nessus. Ein Zyklop, die Titanen der Unterwelt. Herk musste es mit allen aufnehmen. Auch mit der schrecklichen Hüda. Komm schon, komm schon, mit der Linken! Mit der Linken! Die andere Linke! Hä? Oh, stellt euch mal vor, ihr müsst ihr ein Halsband umlegen. Und die ganze Zeit. Da klauert im Hintergrund der dunkle Drahtzieher, der heimtückische Hades. Alles im grünen Bereich! Pech und Schwefel, seine beiden Handlanger, erledigen für ihn die Dreckarbeit. Sie sind treu, sie sind ergeben und sie sind absolut unfähig. Pech und Schwefel! Meldet sich zum Licht! Aber es geht nicht nur darum, gegen die Bösen zu kämpfen. Herkules gewinnt auch ein paar ziemlich gute Freunde. Mich zum Beispiel. Nenn mich Phil. Phil! Au! Ich wusste gleich, dass Herkul ich stets ein Herz und eine Seele sein würden. Dann ist er noch Pegasus, ein Geschenk von seinem Papi. Okay, ich hab schon gehört, dass man einem Kind ein Pony schenkt, aber eines, das fliegen kann? Es wäre ja nicht so schlimm, aber das Tier hat den Körper eines Pferdes und den Verstand eines Vogels. Das stört mich irgendwie. Und natürlich ist da noch Megara. Was für eine Puppe! Sie ist cool und selbstbewusst und sie kann sehr gut auf sich selbst aufpassen. Ich bin eine Jungfrau. Ich bin in Nöten. Ich hab alles im Griff. Auf Wiedersehen! Er trifft auch auf diese alten Damen, die Mäuren. Diese Schicksalsgöttinnen sind nicht besonders hübsch, aber sie haben einen Blick für die Zukunft. Elvis lebt, aber erzähl's niemandem! Keine Sorge, ich behalte's für mich. Jetzt treffen wir ein paar Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Zum Beispiel die, die die Musik geschrieben haben. Den Komponisten und achtfachen Oscar-Preisträger Al Menken. Und den Texter David Zibber. Sag mal, Al, wie schreibst du die Partitur für einen solchen Film? Ich versuche, jede Partitur so zu schreiben, dass sie einen eigenen Charakter hat. Bei Herkules ist das die Kombination von Gospel und Rhythm and Blues. Mit einem klassischen Heldenthema. Einige Leute sagten, wollt ihr nicht Alexis Zorbas Musik nehmen? Aber wir dachten, es würde dem Film gerechter werden, wenn wir mehr Gospel und Rhythm and Blues Stimmung in die Musik bringen würden. Wir dachten, in gewisser Weise passt die Gospelmusik am besten zu diesem Film. Denn es ist ein so großes Thema. Es handelt von Hoffnungen, es handelt von Träumen, es handelt von den Göttern. Wenn man eine so gewaltige Geschichte erzählt wie diese, benötigt man alle Hilfe, die man bekommen kann. Zum Glück war da bereits ein Chor vorhanden, die Musen. Sie erzählen nicht nur die Geschichte Mann, sie können auch ein Lied schmettern. Das war ja egelhaft. Der ganze Dreck war echt ein Problem. Es hat gewebt, geschüttet, ja, das Chaos war extrem. Oh, sagst du, Schwester. Dann kam der große Zeus mit einem Blitz allein. Ein Kleid sperrte er dir raudig ein. Total und alles Böse bis dabei ins Gras. Und jedes Gut ist der Kerl, ich klasche, alles ist kein Spaß. Und dieser Zeus war süß. Ich vermute, das sind die Mädchen, die die Muse in die Musik gebracht haben. Wir hatten Angst, dass die ganze Sache zu konventionell geraten würde. Irgendwie zu erhaben und zu klassisch. Denn eigentlich war Herkules, wenn man sich die Saga ansieht, ein Held des einfachen Volkes. Er war der erste echte Superheld. Er war eine Art Comicfigur. Ich bin eine Actionfigur. Wir sind beide in unserer Jugend begeisterte Comicfans gewesen. Und das hier war unsere Möglichkeit, einen echten Comic-Action-Helden zu schaffen und dennoch romantische und komödiantische Elemente einzubeziehen. Was ist jetzt mit der Geschichte? Hier in diesen kreativen Sitzungen entwickelt das Team die Figuren und die Handlung. Hier nimmt zum Beispiel ein Satyr wie ich allmählich Gestalt an. Dann kommen die Schauspieler, die den Figuren eine Stimme geben. Es ist nicht so, dass wir nicht für uns selbst sprechen könnten, versteht ihr? Aber wer spricht heutzutage schon Altgriechisch? Meinem Herkules leitet Till Schweiger seine Stimme. Wirklich schön. Hey Till! Wie findest du den großen Herk? Ein Held ist bereit, sich zu opfern oder jemandem zu helfen, ohne dafür was zu verlangen. Also der sehr uneigennützig agiert. Das ist nicht irgendwann ein alter Film, der wird immer wieder und wieder gesehen und vielleicht noch im nächsten Jahrhundert. Und die Idee fand ich schon sehr spannend. Ich stockte dem Minotaurus das Maul, hab die Gorgung geschlagen. Ja, das hab ich alles vom Film. Lage überprüfen, Kräfte sammeln und puh! Das ist dann im englischen Original zu sehen, wenn man dann sieht, dass da so der kleine Dicke, der Trainer, der Phil vom Herkules und von Danny DeVido gesprochen wird. Oder von den Hades, also dem Bösen, dem spricht James Woods. Und das ist einfach so gut. Also das macht richtig Spaß. Der bekannte deutsche Sprecher Arne Elsholz verkörpert eindrucksvoll den durchtriebenen Hades. Ich hab da gerade so wichtiges Geschäft am Kochengrundbesitz, Grundeigentum, du weißt ja. Und Hörg, du tausendsasser, darf ich dich um, ähm, ähm, Hörg nennen? Ich hab das falsche Bild gehabt. Was? Okay, ich hab's, ich hab's gleich alles. Die beiden Gehilfen von Hades, Pech und Schwefel, werden von dem Samstag-Nacht-Comedy-Duo Stefan-Jürgens und Mirko Nonschef panisch und chaotisch interpretiert. Ich denke, die Kombination Mirko Nonschef und Stefan-Jürgens war für eine Kombination wie Pech und Schwefel, äh, eine ganz attraktive. Äh, wie das so schön heißt, die beiden halten auch zusammen wie Pech und Schwefel. Und da ist die Kombination zwischen Mirko und mir natürlich sehr, sehr, äh, sagen wir mal, etabliert und auch, äh, sehr spaßig. Und wir haben uns da beide, glaub ich, ganz schön in die Höhe getrieben. Aber es war trotzdem so, dass ich, äh, dass keine Kamera da war und ich gesprochen habe, aber trotzdem sich alles bewegt hat. Also, der Kollege von mir, der Herr Jürgens, stand neben mir und der musste halt immer ein bisschen Abstand nehmen, weil ich halt mit dem ganzen Körper arbeite und so. Aber, ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten hab ich damit gar kein Problem, wenn keine Kamera da ist. Jasmin Tabber dabei, du sprichst doch die Meck. Wie ist die so? Meck, ähm, ich würde sagen, Meck ist eine Frau, die einen sehr trockenen Humor hat. Sie ist sehr resolut manchmal. Sie ist, ähm, selbstbewusst, frech und, ähm, unheimlich romantisch. So eine interessante Rolle zu sprechen, macht doch riesen Spaß, oder? Besonders schwierig fand ich allerdings das synchrone Singen, also das Synchronisieren Singen. Weil man dann eben auch noch beim Singen darauf achten muss, dass die Lippenbewegungen möglichst gut, also synchron sind. Die Herren gehen mir auf die Nerven, das hab ich hinter mir, Männerspinnen. Und Wolfgang Dehler ließ Zeus seine kraftvolle Stimme. Ach, sieh, wie süß er ist. Oh, 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 er ist stark, genau wie sein Vater. Und was ist mit Phil? Ich heiße Morgens von Gado und durfte Phil sprechen und ihn auch singen. Jetzt können wir Nick Riniere, der Hades gezeichnet hat, fragen, wie man die aufgenommenen Stimmen und die Bilder zusammenbringt. Hades ist eine ganz besondere Art von Schurke. Er ist wie ein Gebrauchtwagenhändler. Er quasselt ununterbrochen. Er hat etwas von einem Hollywood-Agenten. Und ich habe mir zur Inspiration Vorbilder aus der Unterhaltungsindustrie gesucht. Aber ich werde keine Namen nennen. Wenn wir eine Figur entwerfen, die sich im Wesentlichen über ein Gefühl definiert, dann muss man das schon an ihren Augen erkennen und alle weiteren Details aus diesem speziellen Gefühl ableiten. Warte, Moment! Vielleicht können die ihm die Musik einfach abdrehen. Genau. Und vergiss nicht, er ist jetzt sterblich. Unsertwegen. Gut, oder? Das ist Andreas Delia, ein alter Hase unter den Trickfilmzeichnern. Er ist der Mann, der für solch denkwürdige Bösewichter wie Gaston in Die Schöne und das Biest, Scar in König der Löwen und Jafar in Alladin verantwortlich ist. Hey, warum habe ich in keinem dieser Filme eine Rolle bekommen? Für Alladin wäre ich großartig geeignet gewesen. Ich habe meinen eigenen fliegenden Teppich und mit ein bisschen Hilfe fliegt er auch. Ich habe mit Andreas gesprochen, wie er dazu kam, die Hauptfigur zu zeichnen. Die guten Figuren sind auch schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch ein klein wenig kritisch dem Team gegenüber in Form von früheren Filmen. Denn wenn man nicht auffasst, können diese Helden oft ein bisschen steif aussehen. Und das wollte ich bei Herkules nicht. Es gibt ja auch den jungen Herkules als Teenager und sogar als Baby Herkules am Anfang des Films. Aber die wurden von einem anderen Zeichner erstellt. Und wir müssen uns natürlich absprechen vom Design her und der Animation her. Denn das Baby muss ja in den Teenager hineinwachsen, der Teenager in die erwachsene Figur. Und das muss alles stimmen. Das Baby ist deswegen so komisch, weil es sich wie ein Baby verhält. Wir kennen aus Zeichentrickfilmen nicht viel Babys. Aber es gibt viele Dinge, die uns gefallen, die wir reizvoll und witzig finden. Und deswegen habe ich, als ich das Baby zeichnete, wirklich versucht, es so hinzubekommen, dass es sich wie ein Baby verhält. Das scheint bei den Leuten gut anzukommen. Beim Teenager ist es mehr die Tatsache, dass er irgendwie linkisch ist. Und jeder, der selbst einmal Teenager war, weiß, wie es ist, wenn man zu große Füße hat und zu große Hände, die eigene Kraft nicht kontrollieren kann. Und es ist ja dann auch so, dass er alles kaputt macht. Wenn man an heroische Bilder denkt, das Erste, was einem dann einfällt, sind ja eigentlich Figuren, die sehr gerade stehen. Die Brust ist raus, das Kinn ist, der Kopf ist hochgehalten. Das sind so die Klischees, mit denen man zu tun hat. Und bei der Figur von Herkules war es ja zumindest am Anfang des Films gar nicht der Fall. Denn er ist ja sehr unerfahren, sehr naiv. Und die Körperhaltung ist auch gegensätzlich eigentlich. Im Verlauf des Films, wenn er erfährt, was es wirklich meint, was es wirklich heißt, ein Held zu sein, dann verändert sich auch seine ganze Körperhaltung. Dann ist die Brust raus, dann ist der Kopf hoch. Und er wirkt also wirklich von einem Kind zum Mann und weiß auch, was es heißt, jetzt ein Held zu sein. Auch Gerald Scarf, der berühmte britische Satiriker und Künstler, hat mit dem Disney-Team zusammengearbeitet. Er hat das ganze coole Zeug für den Pink-Floyd-Film The Wall gezeichnet. Hey Gerald, sag mal, haben Sie dir einen schicken Titel verpasst? Nun, man hat mich als Designberater engagiert. Ron und John, die beiden Regisseure, wollten für den Film anscheinend meinen Stil übernehmen. Die Art, wie ich zeichne, die Figuren, die ich entwerfe. Sie wollten das so weit wie möglich in den Film einbeziehen. Und meine Anfangsentwürfe sollten den Zeichnern als Inspiration dienen. Keine genauen Vorgaben, sondern Entwürfe, die sie auf etwas bringen, die etwas in ihnen auslösen und sie anregen und inspirieren. Fast alle Trick-Filmzeichner kannten die Arbeit von Gerald Scarf, dem Illustrator aus England, und waren auch fasziniert von seinen Arbeiten, die er eingereicht hat für den Film Herkules. Und wir haben schon ziemlich früh festgestellt, dass er sehr viele kreisförmige Formen, die wir versucht haben einzubauen in unsere Figuren, und obwohl die Figur von Herkules ziemlich subtil angelegt ist und auch ein klein wenig realistisch, habe ich doch versucht, diese kleinen Kreise einzubauen in sein Gesicht, beispielsweise sein Kinn. Und auch sein Ohr ist ähnlich angelegt. Man hat also die Außenlinie von einem Ohr, und dann diesen Haken mit diesem Kreis, der so typisch ist für die Arbeit von Gerald Scarf. Also ich finde, dass ich ein bisschen klein geraten bin. Etwas größer hätte nicht geschadet. Wo ist der Kerl, der mich gezeichnet hat, hm? Ah, da ist er ja, Eric Goldberg. Hey Eric, warum bin ich nicht größer? Das ist eine schwierige Frage. Eric war für den Flaschengeist in Allerdin verantwortlich. Also sag schon, wer kam auf die Idee, dass ich so aussehen soll? Nun ja, Phil ist klein und er hat einen Bart. Er hat eine Glatze und ein bisschen Übergewicht. Es war ziemlich schwierig für mich. Pass auf, Freundchen. Weißt du, das war so. Ich habe einfach angefangen, Danny DeVito zu zeichnen, und alle haben gesagt, hey, der sieht aus wie du. Er hat wahrscheinlich etwas von uns beiden. Also das sieht man im antiken Griechenland nicht alle Tage, Computer. Er ist der natürliche Partner für die Jungs mit den Zeichenstiften, weil er ihnen erlaubt, die traditionelle Animation mit der allerneuesten Technologie zu kombinieren. Die Hydra war eine besondere Herausforderung und eine klare Angelegenheit für den Computer, denn wir wollten nicht 30 verschiedene Köpfe zeichnen und so konnten wir Teile von ihr beliebig kopieren. Wichtig war, dass sie nicht wie Duplikate wirken. Bei der Hydra und ähnlich schwierigen Darstellungen darf das Publikum nicht merken, dass es sich um Computertechnologie handelt. Deswegen war unsere größte Schwierigkeit bei der Hydra, sie wie eine Zeichnung aussehen zu lassen und nicht wie eine dreidimensionale Figur aus Toy Story. Seit zehn Jahren bedienen wir uns bei der Animation mehr und mehr des Computers, um das zu realisieren, was vorher nicht machbar war. Die Regisseure waren wirklich begeistert von der Hydra. Man schneidet ihr einen Kopf ab und er wächst wieder nach und wird immer schrecklicher und grimmiger. Und sie sagten, früher hat man in Darstellungen drei Hydra-Köpfe gesehen oder sechs oder neun, aber schaffen wir 30? Können wir dieses Ungeheuer in einer Größenordnung haben, die noch nie da war. So gigantisch, dass Herkules auf Pegasus springen und hineinfliegen muss in diesen lebenden Dschungel der Hydra. Endlich auf mit der Kopfabnummer! Oh Phil, oh Phil! Ich glaub, wir haben was vergessen im Training! Wir haben auch Computer für die Morphing-Effekte verwendet, wie zum Beispiel bei den Wolken auf dem Olymp, die ständig andere Formen annehmen. Und das geschieht alles durch diese neue digitale Technologie, die es erst seit ein paar Jahren gibt. In einer Szene legt Hera Herkules in die Wiege zurück. Und die Wiege wächst irgendwie aus den Wolken heraus und nimmt Form an. Und das alles mit Hilfe dieser neuen Morphing-Technologie. Die Herausforderung bei der Animation ist, dass wir immer etwas Neues suchen. Diese Computertechnologie steckt noch in den Kinderschuhen. Sie entwickelt sich ständig weiter und wir versuchen etwas zu kreieren, das noch niemand gesehen hat. Ich glaube, in diesem Film haben wir auch ein paar neue Überraschungen. Und das ist ganz spannend. Mehr als 700 talentierte Künstler, Trickfilmzeichner und Techniker waren über drei Jahre lang damit beschäftigt, meinen Jungen, meinen Herk auf die Leinwand zu bringen. Aber das war die Sache wert. Ich kann euch sagen, dieser Herkules-Film ist wirklich der Götterwürdig. Also, wenn ihr Action, Abenteuer, Romantik und eine Menge Spaß erleben wollt, tja, dann bin ich euer Mann. Aber jetzt muss ich los. Da ist ein neuer Heldenanwärter, der darauf wartet, dass ich ihn trainiere. Aber garantiert langweilig nach meinen Abenteuern mit Herkules. Heute beginnen wir es überall. Ein Stern geht auf. Noch viel Latter aus dem Korkratkennall. Ein Stern geht auf. Oh, so dick ist mit dem Hallen. Das war so ein grünes Akku. So hoch hin und wir spielen drei. Ein Stern geht auf. Ein Stern geht auf. Aber wahre Helden sind ja sehr beliebt. Ein Stern geht auf. Ich will nicht alle hin und singt das Lied. Ein Stern geht auf. Sieh. Jeden Morgen kommt vom Kassen auf. Wie geht es nicht für alle weh? Wollt ihr heute schon daran? Den hat viel trainiert. So hoch hin und hoch. So hoch hin und hoch. Jeder weiß ein Stern geht, will ganz heiß ein Stern geht. Deutschland weiß ein Stern geht, will ganz heiß ein Stern geht. Gut gemacht! Ausgezeichnet!